Danach bat Pilatum Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, doch heilig aussuchst vor den Jüngern, das er möchte abnehmen dem Leichnam Jesu, und er bat uns erlaubt es. Es kam aber auch Nicodemus, der vormals seit der Nacht zu Jesu kommen war, und brachte Möbeln und Allon untereinander bei hundert Pfundern. Dann nahmen sie den Leichnam Jesu und bunden ihn in Leinentücher mit Spitzen ein, für die jüden Pflege zu begraben. Es war aber an der Städte, da er gekreuziget hat, ein Garten, und im Garten ein Neugrack, in welches niemand je gelegt war. Da selbst ihn legten sie, Jesu, und des Rüstags, der in der Jünger, die Waldas grüne Hälfte. Amen. 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 Amen.